Joa Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind jetzt gerade dabei die Sachen zu packen, denn heute geht es zurück nach Hause. Hier liegt noch ein bisschen was rum, da sind wir auf die Schuhe, Koffer gepackt, Taschen haben wir da ein bisschen mehr mit. Ist ja klar, man geht auf eine Convention mit wenig Zeug hin, verschwindet aber mit viel Zeug. Und wir wollen gleich noch kurz in die Innenstadt von Köln an einem Sonntag was essen gehen und dann geht es auch los. Ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder, bis dann, ciao. Jo Freunde, wir stehen jetzt am Köln Airport, weil der gute Alter ihr bald nach Hause fährt nach Berlin. Das ist sogar dichter dran, 0,315. Und wir sind sogar ein bisschen dichter zu Hause dran. Essen jetzt erstmal ungesund bei Burger King's Frühstück. Frühstück, Frühstück. Mega geil. Ja, haben zu lange gepennt, Frühstück verpasst und ja, essen jetzt und dann geht es los, weiterfahren. Ich denke mal, wir hören uns später nochmal. Bis später. Jo Freunde, wir sind jetzt auf der Heimfahrt nach Bremen erstmal. Und den guten Alter hier haben wir rausgeschmissen. Der sitzt jetzt im Netflix-Bus nach Berlin. Und wir haben dem Fahrer sogar Geld dafür gegeben, dass wenn Alter hier frech wird, dass er ihn dann mitten auf den Weg rausschmeißt. Er hat gesagt, kann er machen, aber nur auf der Autobahn. Ich bin aus dem Fenster. Mit Tasche. Verpiss dich. Ja, wie ihr seht, sieht ja nichts. Ein paar Autos. Ich bin los. Wahrscheinlich staut sich das da vorne. Baustelle. Steigerung. 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 Abstand. Abstand. Stau hat mich bis jetzt Glück. Bis jetzt noch nichts los. Alles gut. Auf nach Lotte Osnabrück. Können wir eigentlich Volo besuchen. Oder Jürits Block. Jürits Block. Du hast so einen Typenfehler wieder. Ich bin nicht bei dir. Du hast so komisch gekocht. Du hörst dich immer auf, wenn einer an den Kamerrauchen gehalten hat. Du hast Burger King. Du hast Hunger? Die nehmen bestimmt Gutscheine an. Das ist kein Burger King in der Nase. Das war eine Spielhalle. Das ist doch Burger King, du Assi. Weil da eine Krone ist. Das ist nicht gleich immer was zu fressen. McDonalds habe ich gesehen. Das Restaurant zum Goldenen M. Ich bin gerne zurückschalten. Gastgegen. Wir sind ja auch voll beladen. Bist im Abwägen. So viel Merch drin. Alkohol und Chifty. Und Chifty. Alkohol und Chifty. Chifty haut jetzt ab. Ich hau jetzt ab. Das ist der Dingssong, Leute. Das ist seiner. Wir haben das Schifte jetzt auch weggebracht. Zuhause. Endlich. 300 Kilometer hinter uns. Ohne Stau. Ohne Stau. Wieder mal. Na ja. Passt du. Wir standen nie. Wir sind immer gerollt. Gerollt. Ja, komm. So, Freunde. Es ist jetzt irgendwie schon kurz nach neun. Wir sind endlich zuhause. Beziehungsweise ich bin zuhause. Der Flo ist zuhause. Der Schiff ist zuhause. Und Enrico sollte in zwei Stunden endlich in Berlin ankommen. Grüße gehen raus. War auf jeden Fall eine coole Gamescom-Zeit. Danke an alle, die ich kennengelernt habe. Danke an alle, die ich getroffen habe. An alle, mit denen ich Fotos machen konnte. Danke an alle einfach für alles. Ja, Leute, habt die Gamescom einfach super gemacht. Es hat mega Spaß gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Besonders der Tag mit Bushido, wo ich auf der Bühne war. War mega geil. Das Video dazu kommt natürlich am Mittwoch. Zwischendurch kommen dann die Resümee-Videos zu den einzelnen Spielen, die wir angetestet haben. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wird noch ein bisschen Arbeit auf mich zukommen, aber ist ja nicht schlimm. Also ich habe mega Bock drauf. Zumal ich am Samstagabend noch wen getroffen habe. Möchte jetzt nichts verraten. Das kommt auch alles noch in einem extra Video zusammen zur Gamescom. Ich habe so viel Material. Ich habe glaube ich drei oder vier Stunden gefilmt insgesamt und daraus Videos zu schneiden. Wird mega anstrengend, aber auch mega spaßig werden. Ich würde sagen, ich beende jetzt den Vlog. Setz mich ran. Das Video kommt dann heute Nacht noch online. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei einem meiner anderen Videos. Denk dran. LTAB. Bis zum nächsten Mal. Und tschü tschü. Tschü tschü tschü. Bis zum nächsten Mal.